Jetzt, Waffe scharf! Machsten und abfeuern! Tee tete 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 tete! Ciao! Yihau! Adios! Was zum Teufel hab ich dir gemacht? Wir haben die Brücke verstört, Sir! Wir haben die Brücke mit der großen Metalltummel verstört! Oh Gott! What? Wir haben den Zug gestoppt! Ich lasse den Captain jetzt raus! Er ist bereit und soweit startklar! Verstanden! Gute Arbeit, weiter zu! I say, zu fliegen nachinnen czyn almuer Chad. Ich rufe insgesamt die Zehnung zur R € zurück, um zu Nautica-Grunst zu kommen! Ach, du, hechiлige! Sie können jetzt spring! Na mal jut, tschöööw! Sehr gut Captain. Ich suche nach einer Stelle an der ich sie absetzen kann. Näher am Nautica-Waggon. Glaube aber nicht, dass ich sie finde. Zu viele Trümmer und Wild gehorene Soldaten. Gehen sie zur Ruth weiter. Ach, du heilige Scheiße. Was haben wir da gerade abgefeuert? Bitte. Ach, du Scheiße. Ich bin ein Gespenst. Was war denn das jetzt? Irgendwann reicht's. Hör, da ist so viel so da. Da wird aber jemand beleidigt sein. Ei, ei, ei. Oh, den hat's geil erwischt. Hm. Oh. Oh, nice. Granatwerfer. Das ist doch mal was. Schönes. Aua. Armer Kollege. Was war denn das jetzt? Ich glaube, da möchte jemand aufs Mäulchen haben. Ich bin mal ganz kurz. Ich mach mal den hier. Wett. Ups. Hab ich wohl zerstört, wa? Kacke war's. Kacke war's. Ah. Schön, wenn sich die eigenen Viecher gegen einen wenden. Das ist nichts. Ich laufe immer bei uns rum. Bei uns rumgucken, wa? Geht aber nichts. Ah. Kollege. Dankeschön. Muni. So. Was ist hier? Ach, der Schande. Nein, ist ja was. So. Komm ich hier. Willet euch! Komm ich nicht. Oh, ich war wunderbar. Okay. Komm ich hier raus? Nee. Okay. Schade. Hey, ich möchte da hin. Ey! Ich glaube, es hakt. Ist das Schrotteni? Hallo? Ach, jetzt geht's. Ist ja wunderschön. Wow. Das ist nicht so geil. Ey, nicht so fräisch. Na, ja, ist ja Granätchen hier noch und so. Ja, okay. Haben wir schon voll. So weiß ich ja nicht. Okay. Egal, was du machst. Weißt du, da sind sie schon halber am sterben. Und trotzdem denken sie, sie können dir noch in den Sack gehen. Okay, da hinten liegt Zeugs. Ich schau. Da muss ich weiter. Okay, ich schau mal, was sich da finden lässt. Ein paar Inigma-Koots. Nichts hier. Nichts hier. Nichts. 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 Nichts hier. Auch nichts. Finden wir hier wieder eine Oma. Ich hoffe nicht. Das wäre nicht so gut. Glaube ich. Ein bisschen frische Luft schnuppern hier. Ah, das ist ja... Riecht das nach verbranntem... Sonst was? Äh... Ja, aber leicht bedenken. Wo ist der Hund von vorhin? Hehe. Hier war doch vorhin ein Hund. Wo ist der hin? Und die... Wuff, wuff, wuff... Hallo? Ah, hallo. Na gut. Okay. Nee. Ich... habe... Befürchtungen. Achtung. Panzerhund. Ist der... Kaputt. Sieht so aus. Hätten wir ihm vielleicht helfen können. Hätten wir mal kurz. Leg mal kurz. Kurz. Gut. Oh. Entschuldigung. Und? Sechs von neun. Oh. Nee. Hä, hä, hä. Wollt das ja hin. Weiß war ja... Herr. Was auch immer das ist. Geht er wieder hoch? Nein. Äh, hä, hä. Oh. Hallo? Hallo? Das war x-ray in der Rampe. Jetzt lass mich doch mal hoch da hin. Hallo, der Herr. Na? Was haben sie heute so gegessen? Schillikon-Karne. Ist aber nicht gut für die Verdauung. Wo ist der scheiß Panzerhund, ey? What is that? Oh, ich liebe diese Waffe. Die Waffe ist einfach mega geil texturiert. Das hier sieht extrem geil aus. Und außerdem liebe Snipern. Liebe Sniper. Sniper, Sniper, Sniper. Nicht gut, meine Freunde. Nicht gut. Wenn ich eine Snipern da habe, dann kannst du ganz schnell einpacken. Da kannst du ganz schnell einpacken gehen. hey, 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 hey. Und, und. Gönn dir. Super, ich bräuchte mal ein bisschen Sniper-Money. Hehe. dann lad doch nach mensch ich brauche sniper muni wo krieg ich die her ey sniper muni mensch ist nicht nett man jetzt geht ihm ja was schnauze 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 ach das war nichts oh nein bitte kein robo-hund ich habe angst angst jetzt wird es lustig doch nicht wie die kommunik ausseiten muni okay fuck Okay, da lang können wir auch. Oh. Aha. Guck mal, was wir hier haben. Etwas Goldiges. Das ist der Wagen also. Okay. War toll. Das ist ja wunderbar. Oh. Voll. Muni. Die Herren. Haben sie noch was? Nein. Nein. Ach, hier hätten wir auch lang können. Okay. What the fuck?